Ba, 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 ba Zombie, Zombie, Präsentiert von Celine aka Queen, Nerdy Dala. Wir nehmen das jetzt mal hier als fröhliches Ereignis. Ich sehe deinen Schatten. Du brauchst dich gar nicht so, du Hampelmann. Ja, ich will aber nicht mit dir tanzen. Oh, da brauchen wir C4 für Infizierter Leer. Alles klar, hier Objekt Molotow. Oh, ich kann den gar nicht mehr aufnehmen, ey, Leute. Schüssel. Was ist denn hier noch? Nix mehr. Okay, ich kann den... Wo bin ich jetzt hingelaufen? Ich kann den Molotow-Cocktail nicht aufnehmen. Das finde ich sehr dramatisch gerade. Gibt es irgendwas, was ich eher wegwerfen kann? Ja, ich... Die Bretter. Ja, klar. Die müssen natürlich zu... Also, bevor ich hier einen Molotow liegen lasse. Ne? So, dann setzen wir C4. Das hat jetzt bestimmt keiner gehört. Mhm. Na, der kommt. Der ist leer, aber er kommt. Oh, nein. Oh, nein. Du alter Spuck... Spacko. Ja, Daisy. Ja, das würde ich natürlich jetzt gerne aufnehmen, aber ich habe keinen Platz. Au. Oh. Ho, 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 ho. Äh, ihr hattet in den Kommentaren gefragt, welche... Ihr hattet mich gefragt, welche Stelle... Hatte... Achso, der hatte was dabei. Äh, ich meinte... Vor der ich richtig Angst habe. Da geht es hier runter. Ich hasse es jetzt schon, ey. Oh. Oh, what? Ey, was? Ich klopfe den an und dann... Boah. Das war jetzt aber zu viel für meine Nerven. Da. Siehst du? Always make sure. Ach, die sind grün dann auf meinem Scan von denen ich... Alles klar. So, wir machen jetzt mal eben hier das Safehouse auf. Hab ich doch grad gesehen. Jetzt bin ich gerade orientierungslos. Hä? Ach, da. Oh, wow. Hier. Safehouse. Oh, ho, 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 da fällt der uns da nochmal an, dieses kleine Schweinchen. Ja, wir gehen auch mal eben ins Safehouse, aber, ähm, da müssen wir einige Bretter wegschmeißen. Das ist nämlich auch alles voll in unser, ähm, Dingens da. Da kann ich aber noch ein, ein, ähm, 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 ein... Na, Medikit mitnehmen. Jesus, überspringen. Oh, wow. Ihr seht, ich bin nicht gut drauf heute. Ich bin echt ein bisschen gaga in der Birne. Okay, T. Äh, jetzt hab ich aber... Was hab ich denn jetzt gemacht? Nein. Moment, ich schmeiß mal eben die Bretter. Ich hab ja gar keine mehr dabei. Äh, wie soll ich denn das jetzt machen? Moment, ich muss das doch mal so machen. Die wegwerfen, weil das Ding ist voll. Da muss ich die Bretter rausnehmen, muss ich die wegwerfen. Das ist ja voll kompliziert, ey. Plündern. Plündern. So, dann hier in die Ecke, das wegwerfen, wegwerfen. Jetzt die Molotows wieder nehmen. Oh, wow. Geht's noch komplizierter. Und die jetzt wieder hier reintun. Und den Rucksack aufmachen. Und einen Molotow austauschen. Das austauschen. Ich könnte mir aber eigentlich die Karab... Nehme ich jetzt das Scharfschützengewehr mit? Ich glaube, ich lasse das für diese Tour jetzt erstmal hier. Austauschen. Das geht nicht. Ach, Container. Boah, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, wie viele Flares wir haben. Wir sollten die mal benutzen, wa? Ich nehme das mal mit. Plündern. Machen wir den Rucksack wieder auf. Und dann tun wir das erstmal hier rein. Ne, dann brauchen wir nochmal den Container. Wir nehmen eine Flair mit. Plündern. Und wir tun einen Molotow weg. Austauschen. Leute, guckt mal bitte, wie voll wir sind. Ach, wir haben doch eine Flair. Scheiße. Ich muss mal Flares und Molotows benutzen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja... Also, hallo? Wir sind ja total voll. Scheiße. Was ist denn mit der einen hier? Nee. Nee, nee. Nochmal. Es tut mir so leid, meine Lieben. Bitte erschlag mich nicht. So, das kommt jetzt. Austauschen. Jetzt haben wir sechs Stück. Jetzt haben wir zwei Flares. Ein Molotow. Vier freie Plätze. Und Hauptsache, den Quicketschläger immer dabei. Damit wir uns jedes Mal ärgern. Wir speichern jetzt mal eben, dass der uns den Platz wegnimmt. Und jetzt können wir ja zurück zum Tower of London. Direkt. Jetzt musste ich nur wissen, dies Briefe. Okay, wir haben jetzt schon einen gesehen. Ähm. Auf dem Schiff. Wo wir noch eine Keycard brauchen. Okay, dann gehen wir jetzt hier zurück. Und was habe ich jetzt freigeschaltet? Tower of London. Ja, möchte ich. Überspringen. Oh. Hell hier. Hell, 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 hell. Hell, 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 hell. Kann ich hier hoch? Kann ich das dann da auch? Wohin geht's hier? Wohin geht's hier? Verschlossen. Alles klar. Das war jetzt völlig umsonst. Okay. Oh, sorry. Ich war gerade wieder so. Üüüü. Ähm. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es sehr schade findet, wenn ab und zu mal eine Folge ohne Facecam kommt. Ich muss da jetzt schon rein. Nee. Weil hier oben ist, glaube ich, zu. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Das finde ich gar nicht cool gerade. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Das kommt auf die 3. Ja, Tatsache. Was macht die Musik? Ich will da nicht rein. Wenn ich da rein bin, muss ich da auch durch. Oh, da war ich heute gar nicht drauf gefasst, du. Dass ich hier rein muss. Ey, kann man es bitte noch ein bisschen... ...noch ein bisschen dramatischer machen mit der Musik? Ähm, wir machen das mal auf die 1 und wir machen den mal auf die 2. Mal gucken, ich glaube, da sind mehrere. Kann ich das hier einsammeln? Oh, das kann ich einsammeln. Machen wir eben hier... Och, du Scheiße. Ich werf mal... Oh, Roasted, Roasted, Roasted. Sterbt ihr? Nee, sie hat keine Lust zu sterben. Oh, wow. Oh, wow. Oh, nein. Oh. So. Jetzt muss ich mal eben hier wieder... Alter. Das auf die 2. Jetzt haben wir wenigstens mal Molotow... Ne? Ausprobiert. Okay. Was ist... Warum kann die nicht mehr plündern? Was soll so eine Scheiße? Hier macht sie es. Also, mal ganz im Ernst, ja? Das hab ich nicht gemacht mit Abbrechen oder so. Wir packen das erstmal auf die 3. Das macht die so. Okay, erstmal... Oh Gott. FSK 18. Leer. Bretter. Oh, ne Katze. I'm sorry, Kitty. Oh Gott. Ich hasse es einfach nur hier. In so einem Kerker-ähnlichen... Ich geh mal trotzdem da rein, ob hier noch was ist. Unten durch. Ey, ja, mit der Facecam. Aufheben. Energydrink. Mein Gott. Mit der Face... Facecam ist halt so eine Sache. Ich pack erstmal so einen kleinen Energydrink. Der ist klein. Der ist auch klein, ne? Dann machen wir erstmal den Saft auf die 3. Boah, jetzt haben wir wieder jede Menge. Ähm, manchmal ist man ja nicht unbedingt in Stimmung, irgendwas mit Facecam aufzunehmen. Und, äh, würdet ihr dann... Also, gerade ein Horrorspiel. Ich mach ja nicht alle Spiele mit Facecam. Aber würdet ihr dann bevorzugen, dass gar keine Folge kommt? Oder ist das mal okay ohne? Hm. Okay. Vielleicht stört euch die Facecam ja auch. Das müsst ihr mir sagen, ne? Oh, jetzt kann sie wieder looten. Ach, freundlich. Vielleicht hätte ich die Kiste einfach nur verschieben müssen, so ein bisschen. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Achso, er ist verbrannt. Ja, sorry. Kind of. Boah, die haben alle Saft dabei. Das ist ja voll der Saftladen hier. Sorry. Das musste sein. Oh. CCTV. Alles klar. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ich hab so keinen Bock, da in diese Scheiße jetzt runterzugehen. Ach man, ich weiß, was es ist und es nervt. Es nervt einfach nur. Okay. Boah, ist das hier dunkel, meine Güte, ne? Okay. Und auch diese Gänge immer, wo du immer denkst, dass da einer drin sein könnte. Oder vertue ich mich jetzt? Das ist gar nicht hier. Doch, ich glaube, das ist hier. Naja, das kommt hier. Irgendwann kommt es hier, aber... Boah, das kommt mir so super dunkel hier alles vor. Oh, oh. Das ist D's Septagramm. Es symbolisiert die Unität der vier Elemente, mit Alchemy, Magie und Wissenschaft. Für uns, es öffnet die Geheimdienste. Es wird jetzt wie ein schwarzes Licht arbeiten. Schau für die Signen. Gute Arbeit. Alright. Ach, das bin ich, der so... Die Daisy macht laute, laute Geräusche beim Gehen. Ja. 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 Das meinte ich. Ja. Das meinte ich. Ich krieg da so ne Panik, ne? Offiziell, das Ort nicht überhaupt existiert. Just use the black light to find your way through. Fuck. Fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Der steht doch auf. Ich habe... Aua. Damit kann man nicht ins Krankenhaus, ne? Das ist peinlich. Guckt euch das mal an, hier. Ich krieg grad ein bisschen Panik, Leute. Also ich esse die zwei, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht ab, so ne Scheiße hier. Hallo, da winkt mir einer. Seht ihr das? Hey, dude. What's up? Bye, bye. Oh, meine Taschenlampe geht aus. Nee. Erstmal ausmachen. Fuck. Aua, meine Lippe tut jetzt weh. Ich bin voll den Streuen davor gedonnert. Wie voll ist meine... Und dieses Schreien und dieses Wasser und diese Musik. Okay, reiß dich zusammen, Kind. Ich weiß, dass ich nicht hier lang muss, aber... Oh, fuck. Komm, du zu mir. Oh, zwei. Oh, scheiße. Oh, nein. Oh, fuck. Ah, ich hab's vergessen. Alright. Ja, dann muss ich mir das jetzt reinziehen. Oder warte mal. Ich nehm erst mal die anderen Sachen. Packen wir das auf die drei. Trinken. Packen wir das auf die drei. Trinken. Ich mach's so erst mal. Packen wir das auf die drei. Leck mich am Arsch, ey. Trinken. Ne, andersrum wäre es wahrscheinlich doch schlauer gewesen. Aber nun gut. Wer will schon schlau handeln? Boah, scheiße. Taucher hab ich vergessen. Fuck. Kommt hier noch einer? Könnt ihr verstehen, ja? Warum ich das richtig zum Kotzen finde? Was ist mit der Musik nicht in Ordnung? Oh, mein Gott. Was ist hier, ey? Ich krieg ja gleich einen... Wirklich einen psychischen Schaden. Wow! Oh. Ach, du altes Arschloch, ey. Ich glaub, du tickst nicht mehr ganz sauber hier. Leute, wir gehen hier... Ey, diese... Ja, okay, erst mal. Ja, dann. Von mir aus. Komm her. Wo ist er? Wo ist er? Oh. Ach so, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Könnt ihr aufhören, mich zu schocken? Liebe Spiel. Ich brauche ein neues Herz. So. Ab ins Menü. Ich halte es nicht aus. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war mit eine der Horrorsachen. Es gibt noch eine andere Horrorsache. Aber so dieses Unterwasser. Ich hab total vergessen, dass dieser scheiß Taucherzombie kommt. Und die darf man offensichtlich nicht schlagen. Denn dann macht es Boom und Bye-Bye. Es hat fast Bye-Bye gemacht. Also wenn ich jetzt nur so voll gewesen wäre, wie ich es jetzt gerade bin, wäre ich weg gewesen. So meine Lieben, Wahnsinn. Wir sehen uns hoffentlich in Folge 19 wieder. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Aloha.